Nikolaus ist ein Freund der Kinder, der ihnen zur Seite steht, der sie lobt und das, was gut gelungen ist, besonders hervorhebt. Das ist, denke ich, die wichtigste Botschaft. Dass wir den Nikolaus nochmal in den Blickpunkt nehmen, wer war das eigentlich? Ein Mann, der vor 1700 Jahren gelebt hat, was hat der uns heute noch zu sagen? Dass wir eben zueinander gut sind, miteinander gut umgehen und auch diejenigen nicht vergessen, denen es nicht so gut geht wie uns. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da.